. Jetzt hat er einen Hanzo-Arbutter. Was will ich spielen? Eine Schneeflocke? Und du willst einen Pachibachi spielen? Ey, ich würd Pachimari sowas von mainen, Alter. Pachi main. Jeder Tod bedeutet ... Only one Healer. Wenn Joey ein richtiger Hanzo-main ist, geht er jetzt Zaya. Hockt heraus und stellt euch! Only one Tank. Von Gassen. Von Gassen. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Joey auch nicht. Top, we are ready to throw. Joey hat dir die Tank-Rolle abgenommen. Ja, Top, muss ich ja weiter spielen. Und schon wieder ist das Du-Stack nicht im Voice. Ach, ich hasse das. Sind die selben von ihm. Redet doch eh niemand. Die müssen ja treten, aber wenn sie zuhören würden, wär ja wenigstens was. Du redest ja auch nicht. Ja, aber wenn ... Weißt du, wenn nur einer drin ist, für einen rede ich nicht. Ja, Joey geht auch. Joey ist gegangen. Joey ist ... gegangen, hat er keinen Bock mehr. Herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Diesmal Ranked. Ich kann nicht zu dir hochfliegen, ne? Oh mein Gott. Wir kriegen wieder hart auf die Mütze. Oh mein Gott. Charge doch nicht rein. Oh Gott. Oh Gott. Mein Ziel für heute ist, wieder hart auf die Mütze zu kriegen. Bitte heilen unseren Reinhardt. Oh nein. Oh no. Ich hab's versucht. Oh Jesus. Oh, die haben eine Sim, eine Attack-Sim. Fuck. Sim weg. Anna low. Joey ist doch im Voice-Chat. Joey ist im Voice-Chat. Aber der Rest nicht. Aber so wie das klang ... LOL. Hast du das gesehen? Was passiert hier gerade? Dinge sind passiert. Schlimme Dinge. Hm. Du bist die Einzige. Ich geh ja mal sterben. Ja. Ah ne, die war aber noch da. Ne, die war es gerade. Ja, die ist aber gerade. Kommt noch. Mach ja richtig Spaß. Oh Gott. Engie guckt über die Mauer. Ja. Hm. Der rief da immer so hoch. Ich dachte ich ... Geil, das ist Gruppab, Gruppab. Wen spielt der? Diva. Gruppab, Gruppab, sagt er. Die Sim, Alter. Kann ich mal aufhören? Wieder. Oh, das klang gut. Das war viel Damage. Bing, 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 bing. Oh, die Saiya ist low. Okay. Reinhard low. Nice. So muss das sein. Bob played everybody. Was? Was? Bob played everybody. Was? Ich glaube er hat Ray played gesagt. Hätte aber was mit Bob gesagt. Bob played. Bob, Bob. Unsere Bob Plays waren sehr gut. Bob, der Baumeister. Alles wird's eigentlich genutzt oder haben wir noch drauf zu sagen. Könnte auch ein Diss sein, ne? Eure Bob Plays waren gut. Ich glaube wir haben alle unsere Ultis für uns. Kann ich gegenheilen? Kann ich. Gegenheilen. Anna's down. Sim auch. Hat er klappen können? Saiya ist AFK. Hast du die Healing gesehen? Irgendwas ist hinter mir. Ja. Ja. Moira. Hab ich's gemacht. Opa. Ich seh nix, Tim. Ähm. Die Sim-Dinger kommen? Jaja, hab's gesehen. Reinhard hat nen dicken Headshot. Reinhard richtig low. Oh. Oh. Oh shit, 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 shit. Sim, 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 Sim ist hier oben. Nee, Genji ist hier oben. Oh nois. Oh nois. In meinem Willen. Nice, Goro. Au. Die Sim-Torys sind überall. Aufpassen. Die schmeißt sich überall hin. Ja, ja. Ich helfe grad nen Sadiva mal ein bisschen. Alles gut. Alles gut? Was? Zaya ist hier hinten drin. Ach da. Ich hab dich, hab dich. Nice. Was ist mit unserer Diva los? Oh nein, Joey hat nen Disconnect. Oh Joey hat nen Disconnect. Oh nois. Ist okay. In obligatorischen. Joey's noise. Joey's noise. Joey's noise. Joey's noise. Oh shit. Passt schon. Oh. Jetzt bist du aber runter gehüpfert. Ja ist okay. Ich steh hinter Reinhard. Der checkt's nicht. Joey's wieder da. Oh. Gottseidank. What happened, Joey? Joey! Ich glaub der ist noch nicht wieder im Waste-Champ. Doch, ist noch da grad. Pieck mich. Ohpah. Genji kommt von links. Okay. Warte. Ja. Genji ist hier. Will ulten. Ist low. Genji ist low. Ja, aber ich will. Ich trau mich nicht. Oh, er hat nur noch einen HP. Nein! Oh Gott. Treib auf, guys. It's your group. It's your group. Hm. Flieg da mal von dann. Ui. Äh, Reinhard? Ist es irgendwie runter gefallen? Ja. Wait, wait. It's your group. Oh. Der Kampf war verloren. Ich will doch schießen nur. Ja. Die haben noch nichts, was snipen kann. Oh, ahaha. So viel da drin. Oh, was sagst du? Aber ich brauch eh wieder Old Church. Als ob. Der Sender hängt. Du bist völlig. Ja, der Doomfist hat mich überrascht. Ich auch. Hab ich doch gesagt. Doomfist low. Boah. Boah. Hast du den gesehen, Alter? Hab ich ihn angesprochen hab. Oh shit. Komm, ulti Saya. Saya hat doch grad Goldi. Hast du? Ja. Was sagst du schon wie der Bob played? Der hat einen Sprachfehler. Ich halte dich da vorne, Nephi. Ja, mach mal. Hast du deinen Fall? Warte mal, haben die einen Junkrat? Ist das verwirrt? Die haben keinen Junkrat. Oh, ich will immer den Drachen boosten. Nein. Doomfist hinter uns! Doomfist behind! Oh nois. Ja. Er ist jetzt vorne bei seinen Kumpels. Oh shit. Die hauen ihre Ultis raus. Oh. Oh. Nein! Ich such! Oh, ich trottel. Oh, fick! Oh, ich fall Pfosten. Die kriegen den Punkt, die kriegen den Punkt nicht hingehen. Older. Gott, bin ich ein Pfosten. Der Doomfist war scheiße am Ende, ey. Ja. Sie haben keine Zarya mehr. Nee, die haben... ...gewechselt auf Diva. Die haben das ganze, ganze Team gewechselt. Das Ende ist weg. Doom, 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 Doomfist von rechts. Angehisset. Macht ne Ult. Auf mich wahrscheinlich. Nein, doch nicht. Oh nois. Overwatch ist echt Steinscherepapier, ne? Quatsch. Moira low. Moira low. Hinter der payload. Oh, der ist halt hinter uns noch. Oh, der ist halt hinter uns noch. Der Seger hat nix, ey. Das war alles zu viel für mich gerade. Komm. Payload, Payload, Payload. Das kann grad nicht runter. Keep it going. Keep it going, keep it going. I'm on the fire, I'm on the fire. I'm on the fire. I'm on the fire. Alter, was? Die Moira war noch in der payload? God damn it, ey. Doomfist. Doomfist, right side. Doomfist, warum stimmt denn das nicht? Was? Das hat den Rest abgebrochen. Oh my God. Ja, wieso hat das denn den Rest abgebrochen? Weil ich zu hoch geflogen bin. Ach, fick. Keiner macht Doomfist. Was? Es ist immer dieser Doomfist. Wieso bist du so dumm heute? Oh, das war alles meine Schuld. Oh my God. Keiner macht Doomfist. Bisschen weinen tut man da schon. Doomfist war echt... Ja, der sneakt immer hinter einen und keiner merkt's, weißt. Und dann seh ich in der Killcam... Ach, wir müssen ja auch noch angreifen. Oh. Und dann seh ich in der Killcam, dass da so ein Doomfist hinter der Ash her läuft. Und Ash checkt es nicht. Und Ash ist nicht im Voice Chat, deswegen ist sie gestorben. Interessantes Loadout. Ach. Oh, du willst's nicht machen. Ach. Guck mal. Der Crazed ist dem Voice Chat beigetrieben. Ich hab ja bestimmt nur Flame. Ja. Darauf warte ich immer, wenn ich erst nicht drin war und dann... Wo... Ach. 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 Extra rejoin'n, um uns zu sagen, wie schlecht wir sind. Um zu flame, immer wenn wir sterben. Ich bin jetzt mal in den Voice-Shit gekommen, weil ihr scheiß Assis sowieso... Hör mal, Leute, ihr habt mir diese Rundenanlagen angeguckt hier, ne? Ja, ganz genau. So eine deutsche Hamburger-Type. Hör mal, Leute, das geht ja gar nicht. Auf meinem zweiten Kanal bin ich Grandmaster. Auf meinem zweiten Kanal. Ich war letztes Liese Top 500, ne? Und das geht gar nicht, was du hier machst. Jeitzis. Die Placements, Leute. Die Placements. Was spielt die eigentlich Mercy? Das geht gar nicht. Die muss Ana spielen. Meine Mama muss Ana spielen. Doomfist muss sie spielen. Der heilt am besten, stimmt. Oh, Jesus. Können wir das Reinhard-Shit wegmachen? Das wär nice. Unser ist weg. Unser ist weg. Die war's out of mech. Ich war's. Barrier ist destroyed, Jodl. Nicht nur die Barrier, sondern die Sim auch. Joey hat den Wallshit verlassen. Hat der so Knopf dafür, dass der immer lief? Wieso ist die Sim wieder wieder da? Und die Gerest haben die ne Mercy? Ding, 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 ding. Let's go. Oh, Bob. Bob ist hinter uns. Ja, dann lasst du weggehen, wenn Bob hinter uns ist. Dann bleibt ihr da stehen. Oh, die haben eine echte Mercy. Ey, battle Mercy. Battle mal die Mercy. Das ist nicht gut mit der Sim. Der Rainer ist wieder da. Alter, der wollte mich andaschen. Alter, die Ash. Der spielt jetzt... Alter, der ist jetzt so... Oh, shit, wo bin ich? Oh, wo bin ich und was... Unser Rainer bleibt im Sim Tower stehen. Das ist gut. Joey muss back. Bin da nicht mehr rausgekommen. Backstreet's back. Alright. Sim macht da Bullshit. Alter. Diva ist rechts. Ja. Okay, nice. Sim hab ich. Ne, Mercy, ne? Ne, Mercy ist Sim. Rana ist low. Diva low. Diva low. Diva down. Mora low. Mora's low. Ich glaube, er hat einen Punkt. Na, sag das auch nicht. Da kommt noch Sim Tower. Und der Ra... Der Bodyblock zu seinem Sitz-Im-Mode. I will Bodyblock for you. Oh, scheiße. Oh, du so... Ich halte dich, komm. Ein HP. Diva, komm. Diva, komm. Diva! Hat die Karte einen Drachen? Ich weiß nicht. Hat sie? Ich weiß nicht. Das war verwirrend. Ich bin da unsicher. Sie sagt was, wenn sie einen Drachen hat. Ja, denied. Oh, je... What the fuck? Oh, oh. Was macht der Raider-Tier? Awe. Nicht ja. Die eigene Lack. Spring ihn an. Danke. Pass auf, da sind die Sim-Türme noch. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Moira. Ash low. Oh, mein Gott. Wie sie die Sim nicht down kriegt. Alter, was will die Diva von mir? Die Diva... Mercy's low. Diva low. Glaubt nicht. Ihr könnt mich von meiner Mission abbringen. Nice, Leute. Steuert unser geplantes Ziel an. Glory! Honor! Reinhard, Reinhard, Reinhard! Reinhard, Reinhard, Reinhard! Die Diva! Helden sterben, die Diva! Swim ist hinter uns. Shhh. Bob ist auch da. Oh, shit. Diva jagt mich! Geh weg. Was will die von mir? Sind alle in verschiedene Richtungen weggerannt und ich konnte nicht mehr heilen. Oh, Diva! Oh, oh, Mann. Wieso lief der den Channel immer und kommt dann wieder rein, um ihm was zu sagen? Wenn er sich das nicht anhören will, ich in uns herumstöne. Wozu rede ich denn dann überhaupt? Nope. Hast du jemanden gekillt? Ja. Alter. Er ist da oben, ne? Ja, ich bin tot. Ich weiß nicht. Die müssen bitte aufhalten, wo wird es eigentlich kommt wieder. Huhu. Diva, 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 Diva. Diva. Alter, die Mercy! Die macht Battle Mercy! Mit ihrer Ult! Get back, Moira, get back, Moira, get back. Ja, get bath! Get bath! Get a bath! Get a bath! Stinks! Ich konnte nicht, konnte nicht shiften. Oh, 22 Sekunden nur noch. Oh, lololol. Ey, nicht gedacht, dass wir noch so hart ablosen. Wir losen ja eigentlich nicht. Wir haben noch drei, ne, zwei Ultis. Oh, shit. Ich hab dich, ich hab dich, komm, vor, vor, vor. Das hat die Diva nicht gemacht. Das ist eher schlecht. Ich komm nicht zur Payload. Rein hat er geschattert. Hat er schon wieder geschattert? Hat unser Rein hat einmal geschattert? Ja, unser Rein hat er gerade gechattert. Ach, unser hat gechattert? Oh, oh, oh. Ich war schon tot. Ah, sad face. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Als ob. Wieso ich nicht? Wieso ich nicht? Ich hab 38 Kills und 14.847 Damage. Ich hab fünf Silbermedaillen. Also ich hab in allem Silber. Guck dir die Heilung an. Wenigste Karte. 19.000, was hab ich dann gehabt an Heilung? Nicht 19.000. Ja, ich glaub, ich hab zehn. Hab mich zu Tode geheilt, hab ich mich. Was hab ich, was hab ich? Ah, ich hab 11.000. 400 Heilungen. Ist auch nicht schlechter als Moral. Ja, wir haben so viel. Die haben halt alle so viel Schaden genommen und nix ist so fast alles. Alles schön. Alles schnur hier. Machst du nix. Machst du nix. Kein Weihnachtsmonat. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.